Füße mit den Händen fassen. Fassen machen wir nicht, wenn die Füße nicht frei sind. Nasse Wiese ziehe ich jetzt auch nicht aus die Schuhe. Dann mit den Mittelfingern von oben, ein bisschen tiefer als der Spann, also ein bisschen zu den Zehen hin, mit den Mittelfingern die Gegenseite vom Quellpunkt. Und einmal antippen, anstatt des Füße fassend. Aber achtet enorm auf euren Kreislauf. Also sowohl jetzt, bevor ihr die erste macht, könnt ihr nach vorne abbeugen, in die Hocke gehen und dann wieder aufstehen. Macht das euer Kreislauf mit. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Achtet halt, egal wie alt oder wie jung ihr seid, auf euren Kreislauf. Und halt nach einem Durchgang dreimal langsam ein- und ausatmen, weil dieses Sternchen sehen, was den Kreislauf andeutet, dass er nicht mit hinterherkommt, kommt manchmal wirklich verzögert. Und dann bleibt stehen. Oder setzt euch hin oder legt euch hin, je nachdem, was der Kreislauf sagt. Leicht nach vorne abbeugen. Und jetzt auf den Quellpunkt von oben zeigen, Gesäß in die Luft, in die Hocke, wie es angenehm ist. Auch hier gibt es nichts zu erreichen. Das Besondere beim Aufrichten ist, wenn ihr die Schulterblätter erreicht habt, dann bleiben die Arme ein bisschen mehr in die Hocke, auf die Hüften und sich in den Himmel blickend leicht öffnen mit der Brust und wieder, also auch einatmen. So eine Brustweite dabei. Ist ja gut, zwei Brokate ist auch gut. Gesäß in die Höhe. Hocke. Aufrichten ist auch wichtig. Sitzen. Überprüfen ist noch alles weich und so. Und nicht automatisch steif werden. Achtet da auch drauf. Einmal noch. Ja, wieder eine Regenwolke. Die kündigen sich mit so einem kurzen Vorwind an. Das ist alles gut. Gästen. Ihr habt auf die Hocke. Opa. Opa. Einmal noch. Sieg nicht. Sieg nicht. Sieg nicht. Sieg nicht. Sieg nicht. Vielen Dank.